Du weißt, ich hatte schon viele Jobs. Als Boxer, Maskottchen, Astronaut, Quasti, Imitator, Babysicherer, Lastwagenfahrer, Hippie, Schneepflugfahrer, Restaurantkritiker, Konzeptionskünstler, Fettverkäufer, Bürgermeister, Bodyguard für den Bürgermeister, Country- und Westernmanager, Müllbeauftragter, Bergkletterer, Farmer, Erfinder, Smithers, Putschi, Prominentenassistent, Kraftwerkarbeiter, Schicksalsplätzchenschreiber, Bierbaron, Quikimardangestellter und Missionar. Aber Springfield beschützen wäre für mich die schönste Aufgabe von einem. Omi, wenn du so gerne deine Mitmenschen beschützt, dann mach das doch zu deinem Beruf. Ganz einfach. Machen Sicherheitsdienst auf. Hä? Auf die Weise lässt sich meine Vorliebe, Menschen zu helfen, mit meiner Vorliebe, Menschen weh zu tun, verbinden.